Griechenland feiert in diesem Jahr sein 200-jähriges Staatsjubiläum. Es ist ein besonderes Festjahr, auch für unsere zahlreichen Mitbürgerinnen und Mitbürger griechischer Herkunft hier in Nordrhein-Westfalen. Ob Sie nun seit mehreren Generationen hier leben oder erst in der jüngeren Vergangenheit hier hingekommen sind. Sie sind ein fester Teil unserer nordrhein-westfälischen Gesellschaft, sei es in der Kultur, in der Wirtschaft oder in der Politik. Die meisten von Ihnen haben sich zugleich ihre tiefe Verbundenheit zu Griechenland bewahrt. Daran lassen Sie uns nicht nur gerne teilhaben, Sie haben auch das freundschaftliche Verhältnis unseres Bundeslandes zu Griechenland geprägt. Somit begehen wir auch gerne das diesjährige Jubiläum anlässlich der griechischen Revolution gemeinsam mit Ihnen. Eine Revolution, wie die vor 200 Jahren geht, mit einem besonderen Antrieb einher. Wichtige gemeinsame Werte werden zugrunde gelegt und die werden handlungsleitend. Werte wie Freiheit, Identität und Solidarität, Werte, für die Menschen bereit sind einzustehen. Und auch heute, ob hier in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland oder in Europa, sollten uns unsere gemeinsamen Werte Antrieb geben. Um für eine demokratische Gesellschaft und für ein Leben in Vielfalt, Vielfalt stets friedlich, aber gemeinsam einzustehen. Und in diesem Sinne, herzliche Glückwunsche zum Jubiläumsjahr.